Lassig einfach. Solche Sachen sind schon wieder schön. Überall ist alles tiptop gemeint. Bärweg selber. Endlich fängeln da. Lassig. Die machen da ein Ameisenkonzert. Alle Instrumente sind vertreten. Das ist ja auch lustig. Auf der Fahrt nach Amsterdam, auf dem Campingplatz, sind wir durch ein ganz nettes Ortschaft. Wunderschön ist es da. Hier fahren wir über eine Zugbrücke. Hier sind sehr viele. Hier ist der Kanal. Und eine Schleuse. Hier fahren wir rüber. Und wir sind schon drüber. Zentralstation. Wir sind aus dem Fuß gerade ausgestiegen, da aus der Tram. Das ist der Kanal. Das ist der Kanal. Das ist der Kanal. Das kann nicht mehr. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ist die selbst gedraaid? Ja, nicht mehr. Das ist der Kanal. In den letzten Jahren ist Amsterdam ausgestattet. Die Drachen wurde früher den Mauerjagd genannt, Auf der überlegenden Seite stehen auch zwei identische Häuser, die die Zwillingsbrüder heißen. Links sehen Sie den Schreiersturm, ein alter Verteidigungsturm der Stadt. Er ist der einzige noch erhaltene Originalverteidigungsturm von Amsterdam. Von diesem Turm aus wurden früher die ausfahrenden Schiffe verabschiedet. Dabei sind sehr wahrscheinlich einige Tränen geflossen. Die Legende geht um, dass sein Name, der Heuelturm, damit zu tun hat. Schau, wie es Ihnen schmeckt. Schau, gut. Schau. Niederlande? Ja, Niederlande. Okay. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Kiri. Kiri? Kiri der Kakadiri. Kiri der Kakadiri. Greenhouse, Coffeeshop, City Hall. Hier geht es rein. Coffeeshop. Ja. Passt ja. Im Winter haben Sie mal niedergelegt. Ha, 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 ha. Geil. Dann wird es ein bisschen geföhnt und hergerichtet. Ja, ja. Noch neudre schien schon jetzt. Rudel, rudel. Das ist ein Massagepaket, oder? Ja, ja. Okay. Ja, das ist ein Frühstück. Das ist ein Frühstück. Da rauschmeinen in den Hafen. Die Fähre ist übrigens kostenlos. Und wir gehen schuss drüber. Das war's. Da fährt es dahin. Und in dem Moment, wo sie weg ist, fährt schon die erste Fähre wieder rüber. Also die hutschen dort oben, weiß ich noch nicht, ob ich mir die gib. Wer kommt und wir fahren. Derzeit sind noch 3.019 Plätze frei für Fahrräder. Und da ist der Abgang. Die gehen mal runter. Da sieht man, dass es in Amsterdam sicher ein paar Radeln gibt. Also es ist hinter mir dasselbe wie vor mir in dem Sinne. Also schauen wir da rum. Die Schlag. Wir gehen da weiter. Wir sind jetzt hier auf der 12. Ja, feilig. Ja. Jetzt kriegen wir ein Bier. Ein Bier für uns. Das ist der alten Kerk. Die alten Geschichten. Es fährt und fährt und tut und fährt und macht. Die wegscha. Auto. Otto. Abonnen. Geht. Auf Wiedersehen.